Du musst aus Pferd spritzen, dann tötest du den Typ vom Pferd. Standard. Weil ich bescheuere. Oh Gott, Ravecar, Ravecar, Ravecar. Ich weiß, ich hab irgendwie gedasset das Ding. Schon wieder? GG, Alter. Ist echt GG. Ein Triple gewesen. Nö. Das Dustin. Fuck, wie viele Leute hier sind. Da sind die alle oben drauf auf dem Ding. Nope. Alle unten, oder? Der eine Rush. What the fuck? Wie viele Leute sind's? So many people. Wir sind Minen. Fuck you all. Echt jetzt? Viel zu viele. Komm Lenchip, lass mich spawnen. Oh, ich hab einfach den Rap nicht bekommen. Geil. Oh Gott, du bist ruhig. Ach, ist schon wieder brennig. Oh, scheiße ey. Oh Gott. Oh Gott. Ich komm von B wieder hoch. Oh Gott. Ich komm von B wieder hoch. Oh, oh. Das ist lustig, wenn ich mal so einen hole. Wie soll'n? Einfach random no scopen. Oh ja. Teammate Backup ist hier gerade irgendwie nicht so geil. Nope. Und 80 Rocket dann holt mich. Hat die dich gehittet? Ja. Ja. Noch eine. Hinter dir ist ein Pyro mit C4. Bis drüber. Okay. Du hast es überlebt. Gut. Und ich bin instant eingestiegen. Also ohne Animation. Ich guck, dass ich keine Flink. Da ist ein Auto. Nope. Ich hab keine Flare mehr zum gucken. Nur auf irgendwo hinten. Habe ich nicht die Rock Gun abbekommen? Ja, ich hab den. C ist klar. Da ist die gleich wieder weg. Oh, ich glaub da ist ein Holzer Tank von denen. Uncool. Habt ihr noch Platz im Spot? Stimmt. Er kann kicken. Oh, ich muss erstmal wegfahren hier. Wollte nicht sterben. Nee, der haut sofort weg. Ich kicken wir den. Den Sniper einfach. Oh Gott. Ah, fuck. Hm, ich hab ja ein Tank. Also ein von denen. Ja, da eben halt zehn Leute hinten. D. Ja, nach B die Straße weg. Pushen da jetzt auch raus. Wie Leute da sind auf D! Das应 am L... Dome ausborn. Dome ausborn. Dome ausborn. Dome ausborn. Hä, what? Ich hab ihn angezündelt mit meiner Flare. Ah, natürlich kommt da einer. Ja, das war der Angezündete. Nee, das war ein anderer. Dann hab ich dann angezündelt, wo ich 180 mit dem Flare gegeben hab. Echt jetzt. Überall sitzen sie einfach. Wieder. Naja, da war ein Medic mit, äh, Peer mit. Ach, der hat die Limpid Charge gar nicht mehr an mich rangepackt, aber... Wird trotzdem noch gestorben durch die Limpid Charge. Damn, das flickt doch. Auf den Fahrer. Ja. Oh, hier rechts, rechts wieder. Ja. Vor mir. Oh Gott. Sind wir jetzt. Scheiße. Was ist das gerade? Hat der eine Mörser aufgebaut? Ja. Ja. Ja, der hat mir gegeben. Der Kavalerie-Typ. Hab ihn gehedgehottet, aber... Heißt ja nichts. Was war das gerade? Eine Bombe. Ah ja. 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 Ich weiß nicht. Oh Gott. Du kannst ja auch mit anderen Leuten in die Beschreibung und du kannst einen Coach auf dem Team, der, du kennst, die, du kennst, mehr Erfahrung zu bekommen, die Leute, die so viele Stunden arbeiten können, denn es muss größer sein, besonders wenn die Dinge nicht funktionieren, du kennst. Es ist eine Sache, wenn du viel praktisch bist, aber du kannst dir, dass die Praxis nicht funktionieren, aber wenn es nicht funktioniert, dann bin ich sicher, dass es nicht funktioniert. Tekt. Tekt. Ja, Tekt. Der hat den, ähm, den wir in der Beta gespielt haben, spielt der gerade. Welchen? Mit Erskan. Wieso spielt man den? Der ist wieder gebufft worden, glaube ich. Ja, aber nicht so gut wie der normalen mit dem Pumpen, oder? Nope. So dumm, die können einfach nichts machen, wenn sie hier pushen, ja. Wenn hier... paar Snipers stehen... Ha, die ist close, fuck. Eine Bar. Was ist da? Ja, ich hoffe. Wir haben die Kits. Ein paar Flaschen auch, um es zu leichter zu machen. Irgend noch. Und Sekunden. Du musst gehen! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Du musst gehen! Ich verständnis nicht, wenn es 20 Sekunden ist, aber jetzt müssen sie sehr aggressiv sein. 4 Sekunden? Nein, ich werde es nicht machen. Was ist das? Was ist das? Ich schaue gerade nach dem Stream nebenbei. Oder? Max? Hm? Schaust du nach dem Stream grad? Ja. Das ist gerade eben die Runde, was so fail, ja. Sind noch... Weißt du, ich schaue beides so... Sind noch... Ja, 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 ich war eben tot und hab geschaut, richtig... Einfach 10 Sekunden noch übrig, die Rennen richtig geht, chill zur Bombenzeit, und dann failen sie halt noch mit dem Bombenplänen. Weil das ist so bitter, ey. Basti rum, da haben wir den hinter uns, oder Max und Basti. Das ist die... We should run. Ohja. Ohja. Der wird uns... Links... Schon wieder, dieser... It's coming! Hinter uns, der ist raus, der Raus, der Heavy Tank. Hab den. Beide, die raus sind. Der ist da und der Heavy Tank. Da ist ne Flayer von Spawn hin. Einer ist onside. Hinter der Mühle, hinter... Ähm, Scholle, meine ich. Mühle, ah. Down. Nice. Oh Gott, warum hat der... Ja, ich hab nen Reiter hier vor mir. Aber bin auch da und da ist einer gespawnt bei dem. Warum hat der ne fucking 1911 mit zweifach zoomen? Oh mein Gott, wer tut sich sowas an? Das ist doch richtig cancel! Das kann man doch nicht spielen! Oh! Das kann man doch nicht spielen! Das kann man doch nicht spielen! Pfff! Hier sie! Du bist tot! Sicher? Kennst du mich? Das sind noch 3 oder 4. Okay, der war wirklich dumm, der eine. Hab sie, alle! Einer ist noch hier. Komm her, dich wollte ich auch noch. Ich bin tot, ja, von wegen. Ich sterb nicht so schnell in dem Spiel. Wow, aber ich bin tot. Warte, ich krieg dich easy. Jetzt! Nein, da steht's außen 2. Ja, ja. Oh Gott! Warte! Hm, der spawn war unnötig. Hätt muss ich denken können, dass die da alle spawnen und muss zufurt nicht schaffen. Ich hab 7 Leute geholt oder so. Ich hab auch 6 Qs gedacht. Rechts. Von dir, Max. Hallo. Hallo Frederik. Wer hat der bei G2 gegen Knettig gewonnen? G2. Ist nun mal richtig drüber gefahren zum Schluss. Also so. Rape mäßig. Das Spiel hier nach ist glaube ich Virtus Pro gegen Optic, ne? Ja. Ich will ja nicht nur noch Astralis gegen Godsend sehen. Das ist so eins, das was wir so wissen. Ist nicht. Aber ist Virtus Pro gegen Godsend sogar von höheren Teams? Hm? Äh, Virtus Pro gegen, ähm. Optic. Optic. Optic ist glaube ich sagen 5. Könnt sein, aber ich schau halt manche Teams gerne. Und da ist Astralis dabei. Oder FaZe, schau ich auch extrem gerne. Auch wenn sie vielleicht nicht so gut spielen immer. Ist dir schon aufgefallen, dass die ganzen Leute gar keine... Hoodies, äh, Hoodies, äh, gar keine Caps und so weiter. Beanies tragen. Verboten worden. Wow. Ich hab mir gedacht, was zur Hölle sitzen da für Leute? Ja. Ja, weil du durch die... Also wenn du... Beanie oder so auf hast, oder... Äh... Äh... Cap, dann kannst du... Ja. Du kannst die Caster hören. Du kannst es doch nicht mehr so gebärgen lassen. Irgendwie hat von denen von SK hat ja zum Beispiel jeder außer Fallen so ne Kappe getragen. Ich dachte gerade, wer ist dieser eine... Tätowierte? Ich dachte eigentlich, dass das Fox sei. Es war aber wirklich Fox. Aber ohne Beanie sieht der komplett... Der hat immer nur ein Cap auf. So, wie hier. Ely Cap. Ja. Top. Das ist egal. Ja, ja. Ich brauche das nicht. Taco zum Beispiel, der an einem Beanie aufgibt. Der hat... Ich hab den Haar... Den... Den... Den der nachher einmal gesehen oder so. Was hat der für Haar auch? Kurz... Oh, kurz... So kurz lang... Oder mittel lang... Keine Ahnung. Kurz lang. Genau. Sk macht gerade mal kurz schon einen Prozess mit HellRaisers, ne? Ja, das erwartet man noch. Der hat die Freund doch prediktet, dass HellRaisers gewinnt. Ja, die Freund und seine Predictions. Ach, denke ich wie ein 0. Ein 7. Ein 7. Ja, und da war irgendein so komischer Post im Subreddit. Ja, 0. 0, 7. The Predicter of Her Majesty. Of Her Majesty, The Queen. So... Und HellRaiser gerade dabei, ihre dritte Romen zu gewinnen. Ja. Ja. Hallo. Huste. Laptop 5. Boah, er laggt sogar mich. Was ist denn los? Hallo, der ist der Jakob. Was? Ich kann nur mal reden? Ne, wahrscheinlich jetzt nicht mehr lange. Ja, ich schaue gleich wieder auf. Keine Sorge. Mach den Kanal. Ich schaue jetzt richtig aus und zu. Gib uns richtig, Jakob. Das war eigentlich. Ja, ne. Was? Was ist das? Frustrations-Sound. Oh. Links ist einer irgendwie. Mach, gönn dir. Gib uns. Kommt da noch ran, Max. Ich habe jetzt minus 10 Nades unten drin stehen. Hätte ich auch nicht. Also, minus 1 Easy, aber nicht minus 10. Ja. Doch, wie viel soll es da stehen? Ja. Ich guck. Was machen Hellraiser da gerade? Vangrave. Hat da gerade einer zugesehen? Nein. So halb? Ich nicht. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich guck. Was ist das ganz einfach? Bin ich immer der Stink-team? Ja. Euer Squad ist voll! No way! Like a knife. Die map läuft aber immer richtig gut. ja vielleicht müssen also cancer mix mode oh gott wo bin ich hier innen tot ich hab keinen geholt ich hab auch einen fuck ich hab noch einen hp nachdem ich nicht ins feuer reingerannt bin und da kommt die todesnade für mich irgendwo vor uns lag ein sniper zwei da hinten alle weiten die weib des todes ich dachte dass wir einen stein auf den team geschossen haben auf den kopf vor mir vor mir vor mir auch diese nades schon wieder so krank nur perfekte nades die leute oben bei meinem body liegen drei wow alter wie ich grad überlebe einfach alles was auf mich geschossen wird jetzt bin ich gleich down gas holt mich dann hier rechts steht noch die shotgun gott auch da liegt noch einer jetzt ist das nicht getötet boah ey was ist das ich spawn bei d und es dann einfach überall rund um mich rum geht ich wurde geneift ne ich bin bayonet ja die map ist zu voll oh mein gott oh mein gott oh mein gott wie leb ich noch 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 6 5 6 6 6 7 7 7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 10 10 5 6 7 7 8 9 10 13 14 14 15 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 16 15 16 18 16 18 19 17 18 19 19 20 21 20 19 20 20 Das ist 17 Kills für ihn, er hat den Hedgehog, er hat noch einen auf Zero. Wir versuchen, dass Angel ihn runterkommt und er hat einen, er hat den Bomben, und jetzt ist es nur Zero. Lass mir noch einen Kill, bitte. Werft mich schnell. Oh lol. Gott, ich werde den Flügel spawnen. Komm mal, einen von denen. Nein, ich muss nachladen. Easy, 100 Kills. Nein, du Bionet chargst mich nicht. Wir sind noch gestorben, kriegt mich da noch jemand, bevor Runde zu Ende ist. Mitten auf. Ja. Idiot, hab's aber noch versucht. Sorry, Max. Oh, komm, die Nade, die Nade, die Nade. 100 zu 7. Da laden einfach so viele Sniper an deren Spawn, das ging gar nicht so. Ja. Keiner hat dich aber hier Hackusations gemacht. Wundert mich. Dich Hackusations gemacht. Watch out. Ja, ich weiß, gut wie Deutsch die Karten haben. Ist das dieses Deutsch von dir? Nee, nee, ich glaub nicht. Kann man bei mir nicht mehr so nennen. Sorry. Passt schon. Ich weiß es ja selbst. Ist ja nicht so. Ich muss es nicht wissen. Ja, ich bin hier am Battlefield. Ja, ich auch. Ich habe heute in jeder Untertitel. Aber den E-E-Hund. Vielen Dank.